Musik 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 Hehehehe Okay, es muss ein bisschen weiter rüber rüber heißt Also, momentan ist es anderthalb Blöcke weg, also ich sehe es dann, guck mal her also, oder, geht da ein weiter hoch Musik 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 So, mach mal so wie es jetzt ist Musik Ja Musik 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 Ah, das geht jetzt sogar rauf. Relativ lang, also ich könnte uns jetzt... Brauchen wir noch was? Das ist ein Cube vielleicht. Wir nehmen mal den Cube mit. Ich glaube, du musst das nochmal auslösen, aber ich glaube, wenn ich den jetzt fallen lasse, fliegt er zu weit. Okay, müsste hier drauf stehen. Das heißt, ich muss ihn erstmal unendlich fallen lassen. Ähm, ich glaube, da ist noch ein Feld dazwischen. Ja, habe ich schon festgestellt. Achja, das ist das. Und da ist auch noch ein Feld. Ja, ich glaube, da musst du fangen zwischen rein. Den wollte ich gar nicht drücken. Hä? Der ist drei Meter vor mir verschwunden und war dann im Feld. Du musst wieder auslösen. So, der macht da eine Fläche auf. Wir haben ja beide das Problem, dass die Tür kaputt machen könnte. Oh, das wäre jetzt fies gewesen, wenn hier noch die Brücke wieder ausgegangen wäre. Na, ich glaube, da muss die Brücke im Feld dazwischen Kälte aufstehen. Da ist das Ziel, da ist das Ziel. Dann gehen wir mal hin, oder? Wo steht der? Kannst du das Feld ausmachen? Ich glaube ich brauche einen Cube. Ich stehe sicher. Achso, ok. Da werden Cubes. Ich stehe sicher. Ja, du hast einen Cube. Oh, oh, oh. Kreis, Kreis, Kreis. Wo ist der Kreis? Das ist keiner von den acht Wunden. Welches Zeichen hat der zweite Cube? Okay, wenn ich hier sicher stehe, müsstest du den Laser anmachen, dann kann ich hier rüberschießen. Die Ture sind kaputt. Das war der Stern, das heißt wir brauchen eine dunkle Welle. Den da als erstes. Ich muss erst mal gucken, wo die dunkle Welle ist. Okay, hier hinten. So. Ich sehe jetzt einen, der hier macht da einen Strahle. Ja. Du wirst doch bestimmt auch weitergeleitet werden, oder? Ja, ich habe da schon gesehen, man kann zwischenrein sicher stehen. Okay, jetzt bräuchte ich X. Okay, Quadrat. Da muss ich wohl drüber springen. Und jetzt bräuchte ich Mond. Mond. Ja. Okay, jetzt sind die Turrets weg. Dann brauche ich Punkt. Okay, ich stehe sicher. Dann brauche ich ja genau. Okay. So, da ist da eine Partei hingeschossen. Ich dachte, es schießt eine Partei nach oben. Geil. Hi Rasti. Oh. Ich habe einen Rasti übersehen, der war auch kurz auf dem Kanal. Tests mit nicht effekten Türmen aktiv. Oh wei, ist das viele. Ich glaube, ich brauche dich mal kurz. Mal gucken, was hier so alles ist. Ich bin mir sicher, dass wir da anfangen müssen. Ja. Wo nochmal? Ja. Jetzt bin ich, was hier mit der Zeit. Ich bin der Zeit. Ich bin der Zeit. Und ich bin der Zeit. machen wir es gleichzeitig ich drücke wunderbar haben wir schon den ersten cube und es ist sogar noch ein laser cube hier brauchen wir drei cubes also ist das hier mal der falsche weg ok ich gehe mal auf die andere seite ok was brauchen wir denn ja und dann probieren wir rum ich habe keinen plan was was bedeutet irgendeiner müsste ja auch hier die klappe aufmachen nicht so nichts macht die klappe auf nee warte mal in die richtung ist da auch noch was oh das wird dich freuen zur anderen seite habe ich einen cube geholt tja jetzt müssen wir nur noch wissen was da oben die klappe aufmacht moment der liegt da ja rum also er ist schon